Hallo meine Gernelogen! Willkommen zur fünften Folge von Schauspiel-Tits. Und heute geht es darum, ob man auf Knopfdruck fallen kann oder nicht. Und jetzt geht es auch schon los. Los! Weinen. Es ist die beste Methode des Körpers, um übertriebene Emotionen darzustellen. Viele verbinden mit Weinen Trauer und man weint ja auch meistens, wenn man traurig ist. Aber es geht auch bei den meisten anderen Gefühlen. Man kann weinen, weil man traurig ist. Man kann weinen, weil man übertrieben fröhlich ist. Man kann weinen, wenn man übertrieben wütend ist und ein volles Fresse haben will. Man kann weinen, wenn man gerade auf die Fresse bekommen hat und deswegen Schmerzen und Aua-Aua hat. Man kann vor Angst weinen, man kann vor Verzweiflung weinen, man kann vor Eifersucht weinen. Man kann vor allem weinen. Weinen! Und genau das ist auch der Grund, warum Schauspieler alle so darauf besessen sind, zu weinen bzw. weinen zu können. Denn Gefühle glaubhaft rüberzubringen, ist ja das A und O für jeden Schauspieler. Und dafür eignet sich Weinen sehr, sehr, sehr gut. Ja! Das ist für jeden Schauspieler ja auch das wichtigste, Gefühle glaubhaft rüberzubringen. Hast du gerade geklatscht, während ich gedreht habe? Und jeder Arsch auf dieser Welt fragt sich, kann man lernen, auf Anhieb zu weinen? Und die Antwort kommt jetzt. Geri! Was? Darf ich zugucken? Ja, setz dich hin. Nein! Man kann nicht lernen, auf Anhieb zu weinen. Wenn du elf bist oder noch jünger und schon auf Anhieb weinen kannst, dann kannst du bald nicht mehr. Du bist ein Pussy. War ich in dem Alter auch. Konnte ich auch. Hörst du auf damit? Bist du jetzt fertig? Die ganzen Pussys, die schon auf Anhieb weinen können, die lassen wir jetzt mal außen vor. Denn ich soll von ein paar Leuten gehört haben, die das wohl können und so, aber der normale Mensch mit dem normalen Gehnen kann das nun mal nicht. Pisse! Okay, meine... Okay, die Aussage dieses Videos will ich in einer kurzen Szene verdeutlichen. Stellt euch folgende Situation vor. Ihr seid totkrank im Krankenhaus. Wo auch sonst. Und dann kommt der Arzt rein und sagt... Sie haben Krebs. Und dann reagiert ihr so. Ist das dein Scheißernst? Nein, so reagiert man eben nicht. Das ist... Die Schauspieler, die das nachstellen müssen, also viele, ich sag mal Amateure, ich bin auch ein Amateur, ich sag nichts, versuchen dann, das Weinen so glaubhaft wie möglich rüberzubringen und schreien und kreischen sich dann einen ab. Die sitzen dann da... Das sieht scheiße aus. Abgesehen davon, dass niemand bei so einer Nachricht so reagiert. Okay, vielleicht einige, aber die meisten nicht. Ist es viel glaubhafter, wenn man dann folgendermaßen reagiert. Man guckt geschockt und schluckt und zittert mit dem Kinn ein bisschen und die Stimme... Und mit der Stimme stockt man an ungewöhnlichen Stellen und es muss so aussehen. Als würde man gegen die Tränen ankämpfen. Ihr versteht, was ich meine. Man ist halt ein bisschen stockend mit allem und alles zittert. Und man kämpft einfach dagegen, nicht zu weinen. Das ist viel glaubhafter zu sagen, nein, ich weine jetzt nicht. Ich bin stark als... Okay? Hast du verstanden? Blöde Pottsau! Schnauze. Und man kann auch so reden, als wäre seine Nase verstopft. So, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen und einen Kommentar da. Und ansonsten könnt ihr draußen mit Steinen um euch werfen. Ja, geht raus, nehmt euch einen Stein und schmeißt ihn hin und her. Es ist Sommer. Habt Spaß. Haut rein, aber nicht in ihr Gesicht. Das ist meine Schwester. Du Kackratte. Du Kackratte! Nein, ich hab dich lieb. Komm her, komm her. Alles tut gut, oder? Nichts zu umarmen, ja.